Hallo zusammen, willkommen beim Grillboot in Soledurn. Kommt gerne mit an Bord. Ich bin Akim Lehmann. Sie sind hier in der Aarenwerft Lehmann. Das ist ein Familienbetrieb mit zwölf Angestellten. Wir bieten hier das Grillboot in der zweiten Saison an. Sie sind sehr zufrieden damit. Wir haben drei verschiedene Grillboote. Diese sind alle viererscheinfrei. Im Winter haben wir Raclette, Fondue und Café de Paris. Also wir sind das ganze Jahr im Einsatz. Unsere grösste Herausforderung ist natürlich auch das Wetter. Es gibt relativ viele kurzfristige Buchungen. Da muss man natürlich hier sein und reagieren können. Da wir vom Mändi bis zum Sonntag für das Grillboot hier sind, haben wir natürlich bei der administrativen Aufgabe etwas weniger Zeit. Und da sind wir sehr froh, dass wir so easy-off haben und zu jeder Tages- und Nachtzeit unsere administrative Angelegenheiten erledigen können. Bis zum nächsten Mal.